ein faktor von der für die dinge 5 dinge in minecraft die du noch nicht wusstest dass barco völlig aufgenommen werden kann und sagt wenn man in lava spawnt bekommt man erst ein paar sekunden später schaden das kann ich jetzt zeigen jetzt bin ich tot jetzt schon wieder ich lebe erst ein paar sekunden in der lava und jetzt bevor wir schaden dann hoffen wir das Video euch gefallen mit einem Daumen nach oben damit eure Abonnenten das sehen teilt das Video damit wir das Video noch viel mehr sehen und abonnieren dann seht ihr weitere Videos von mir und mit dem Tod verabschiede ich euch